Herzlich willkommen zu einer Wetterfolgerkarte irgendwo in Thüringen. Wir sind fleißig bei und machen Mission, Mission, Mission. Aktuell ist Feld 30 auch fertig gebaut. Wir werden uns auch sofort darum kümmern. Wir müssen immer gleich hinstellen und auftanken mit Saatgut. Damit wir Feld 11 vorbereiten können. Und das dauert noch ein bisschen. Wenn wir alle vier Fahrzeuge wieder fertig machen. Oder zwei, zwei müssen auch reichen. 30. Dann geht es gleich rüber auf die 31. 31 oder 30 ist hier. 39, 32, 30. Ja, da merkt er natürlich, ne? So. Das müsste das Nachbarfeld sein, genau. Und so muss es sein, Missionen müssen immer, damit man nicht kreuz und quer fahren muss. Am Arsch der Welt. So, kann er arbeiten. So, muss ich mir entsprechend weiterfuchsen. Und zwar, den nächsten Seemaschinen. So, zur Straße. Kurs. Mit der Maus nicht. Tut aus weiß. Ja, Schneeflocken und ne weiße Mausspitze. Das bin ungünstig. Ich will dann den Kurs löschen. Da. Ja, jetzt zusehen, wenn wir den nächsten Dingskring kriegen. Fertig kriegen. Nächste Feld in Schwung kriegen. 11. Dann werden wir zwei Fahrzeuge nehmen. Das dauert es halt ganz bisschen länger, aber wir haben ja Zeit. Dann können wir mit allen beiden Fahrzeugen woanders wir wollen. Dann holen wir hier mal jemanden fertig. Dabei tun wir es nicht notwendig. wer ist dann fertig 27 da geht ja auch 26 ja die kleinen felder sind ein bisschen aufwendiger und fertig sind aber gleich wie man auch misst rüben die rüben ja musste ich früher verziehen quer aber der hitze meistens so mai das wurde zweimal gemacht das müsste man doch so eine hat meine getroffen habe ich schon 37 düngen 46 19 sehen 51 sehen der ist ja fast fertig lohnt sich gar nicht um alles hinzugehen ja und hier ach jetzt war ich wo ich stehen geblieben war und zwar ich wollte na mit zwei fahrzeugen hat aber ein problem da wird das die kann man nicht reichen dann nehmen wir drei auf wegen der vorgewände was ich mal sagte dass dann jeder zwei macht und haben sechs dann gibt es keine probleme dann dürfte sagt gut auch reichen komplett dann sonst wird nämlich schwierig bei 13 hat nicht hat es gereicht bis 40 prozent und 11 ist eh nicht groß das heißt in dem augenblick weiß ja nicht genau ob meist auch der verbraucher entsprechen genauso hoch ist wie bei soja aber aber jemand anders ähnlich dann haben wir probleme dann müssten wir extra wieder sagt gut holen oder ein überladerwagen kaufen für ne ne umfall aber hier nochmal drück nehmen aufrichtung unfall 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 sojabohnen da war mais da war mais machen wir gleich rein bombolle pappeln gras eizen gerste stoffeln mais mais braucht das land aber noch schneesturm auch hier müssen wir jetzt die fahrzeuge raus bringen raus fahren und da kommt wieder das thema out drive ein spiel wäre ideal dann brauche ich nur auffüllen wir könnten mehr in kürzer zeit schaffen da muss ich mal ein tag in der woche zeit finden um das entsprechend ein bisschen zu aber heute nicht mehr heute schon kurz vor 20 uhr eine folge kommt noch aber da bin gesprungen so die elf müsste irgendwo da oben sein da oben und dann und dann ich habe wieder so ein kratzer im hals das ist nicht gut das muss nicht sein so erst traktor ist da mit maschine so genau stelle hin und aus die braun nehmen am hohe am besten der braun noch eine weile der ist eigentlich fast mit durch das ist hier nummero 27 prozent dann kommt die meldung fertig bei uns haben sie früher im schubzeug gedüngt heute macht alles hier maschine kleine und da kommt noch keine meldung hier gibt es doch gar nicht zum glück wird der schnee nicht liegen es wird wärmer aber der schnee bleibt nicht liegen das ist ein glück sonst hätten wir Probleme müssten wir schnee räumen für nix weil am nächsten tag wieder alles weg wäre jetzt wird es gern abgeschlossen hier also das war jetzt noch mal hier los da los 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 Siemens hat sich nicht fertig. War er auch nicht fertig? Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Wollen wir mal gucken. Da was fehlt. 27. Ja da fehlt was. Da fehlt noch was. Aber vertauscht mit einer anderen Mission. Wo ist denn hier noch was gemacht werden kann? Irgendwo in der Ecke. Wollen wir gerade gucken. Kalt irritiert. 27. 25. Ja. Ja. Ich war auch nicht wahr. Als wenn ich die Meldung schon kam. Ist fertig. Bereiten wir mal Dings hervor. So war das noch anmachen hier. Düngen. 37. 37. 37. 37 ist wo? Da ist die 37. Da fahren wir hin. Da fahren wir nicht quer über. Sondern quer für ein. Auch nicht. Das machen wir nicht. Ja. Haufen Arbeit hier. Und ich wollte auf 11 beginnen. Und bei 11. Beginnen wir dann entsprechend zur nächsten Folge. Oder machen wir die Woche darauf. Die übernächsten Folge. Das wir im Prinzip dann um eins durcharbeiten können. Und machen jetzt eine Düngemission noch. Denn in 37 ist ja oberhalb der. Da ist die Kreuzung. Hinterm Wald irgendwie irgendwo da oben. Ja. Ihr seid auch bis schon. Die koh感endo liegt gespielt à 5 und 10 Sekunden sehr. Oder голос 있을 mich übernommen. F teevoll annekstabich. Wir müssen Leute lieber was, k番 habla justo GIre Okt sekali. Ab spricht terminal aus für staatlich. Ja. Immer schön imse syntaxe. So, hier ist die Wiese, da links, da links ist das hier, so, Kurzgenerierung, Entschuldigung, Gut, nächste Arbeit. Der Arne ist hier unten vorbei, aha, gut, okay, dann können wir gleich am nächsten auffüllen. Und Feldöl vorbereiten. Da soll Mais rein. So ein bisschen warten hier, kein Problem. Ich brauche ja keinen Dünger, sondern nur Mais, Saatgut. Da ist die Tankstelle, Deckel zu, wird automatisch. Ach, ich bin müde. War noch zu früh. Für den Sonntag. Diese Gülle vor der Kühe, wenn ich hier immer eine Kühe fahren. Gut, der Hänger ist leer, ist nicht so tragisch. Aber ich wollte hier die Maske voll machen, damit wir entsprechend in einen Ritt dann, ohne lange zu sortieren, verkaufen können. Dauert ja auch ungefähr ein Jahr bis zwei Jahre ungefähr, bis die ihr Gewicht erreicht haben, beziehungsweise ausgewachsen sind. Und die Taktoren 70 kmh fahren. Sonst werden wir nicht ankommen. Gas wegnehmen. Das stopft nur hier einfach. Bäume pflanzen, ne? Später, später. Boah, ne. So einen alten Kurs löschen. So, stellen wir eine zweite Reihe hin. Ist aber gelöscht. Die sollten wir drei wollen auf jeden Fall fahren. Der ist noch drinne. Aber da sind ja eingestellt mit drei, mit vier Fahrzeugen. Daher vielleicht. Wenn das so bleibt mit Schnee. Das deckst du ja gar nicht, Mensch. Aber morgen früh ist garantiert alles ein bisschen grün. Fälle rechts und unser Maisfeld wird garantiert auch grün sein. Morgen früh. Aber das ist noch lange hin bis morgen früh. Der andere hat er noch ein Feld. Ja. Auf dem Feld. Danke. Also die Folge ist bis zu Ende. Ich sage mal schönen Dank. Tschüss und wickelwinkel. Ciao, ciao. Ich weiß, ich muss mal wieder. Tschüssi. Der Körper nehme ich noch ganz fix. Sonst rausche ich noch einen Berg runter. Und Ende.